So, halten, jetzt halten und fertig. Gut, geschafft. So Leute, ich bin die Caro und ich bin Fitnesstrainerin Bengett-Fit. Ich würde euch gerne heute vorstellen, das Vibrationstraining, was ihr eben vorhin gesehen habt. Was ist Vibrationstraining? Es ist eigentlich ein kurzes Training, aber sehr effektiv. Und es eignet sich für jung und alt. Was kann man alles erreichen oder trainieren? Und zwar angefangen von Fettverbrennung, Ausdauer, Krafttraining, Muskelaufbau, die Tiefemuskulatur, Rückentraining, stärkt die Knochendichtung und straft die Haut. Und das Ganze, Leute, in 20 Minuten. Habe ich euch jetzt neugierig gemacht, dann seid ihr so lieb und bucht eure Personaltrainingstunden für euch individuell. Und zwar entweder online oder bei uns im Studium. Das geht fit, freut sich auf euch.